Hi Leute, hier ist wieder eure Lori und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem letzten Video habe ich angekündigt, dass ich heute mit euch über Body Positivity sprechen werde und darauf freue ich mich schon richtig. Fangen wir doch an mit der Begriffserklärung. Body Positivity auf deutsch bedeutet ja Positivität für den Körper. Das kann man ziemlich einfach übersetzen. Und ja, die Body Positivity steht eigentlich für die Körperakzeptanz und Selbstliebe ein. Aber natürlich im gesunden Rahmen. Ja, heute werde ich mit euch ein paar eigene Erfahrungen besprechen, weil ja, wie ich so mit der Body Positivity durchs Leben gegangen bin und es immer noch tue. Ja, also früher hatte ich immer sehr Probleme mit mir selbst. Und ja, wie gesagt, ich wurde auch ja gemobbt und da litt schon mein, ja erstens mein Selbstvertrauen darunter und zweitens ja mein Selbstwertgefühl. Ich hatte nicht wirklich mehr, soll ich sagen, ich hatte nicht mehr wirklich ein Gefühl, ein schönes Gefühl von meinem Körper mit der Zeit, auch als ich in die Pubertät kam, da war es bei mir furchtbar. Da hatte ich immer das Gefühl, mein Gott, bin ich hässlich. Ich hatte auch ein bisschen Probleme auch mit Pickel, das gebe ich offen zu. Ähm, und ich fand mich einfach nicht mehr schön. Und Leute, ich gebe es offen zu. Ich konnte mich eine Weile echt nicht mehr im Spiegel angucken. Ich meine, früher fand ich auch mein Lächeln richtig hässlich. Ich fand, ich war der Meinung, mein Gott, mein Lächeln ist ja furchtbar. Und irgendwann wollte ich mich deswegen nicht mehr im Spiegel angucken. Und das ist eigentlich traurig. Also das finde ich schrecklich. Ähm, ich finde es auch so furchtbar, wenn Leute denken, ich bin zu hässlich für die Welt. Ich will mich nicht zeigen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Leute denken, ich bin zu hässlich für die Öffentlichkeit, was nicht stimmt, mein Gott. Aber das reden die sich dann ein. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe immer gedacht, mein Gott, wenn die Leute mich angucken, kriegen die Augen febs. Das gebe ich offen zu. Das habe ich ein paar Mal gedacht. Ähm, ja, und ich habe auch eine gute Freundin von mir. Ähm, die hat auch ein bisschen ein Problem, weil sie denkt, ja, ich will auch nicht an die Öffentlichkeit. Ich bin nicht so schön, was ich persönlich nicht finde. Und wisst ihr, was das Interessante an der ganzen Geschichte ist? Sie war es, meine Freundin, die mich ermutigt und motiviert hat, den YouTube-Kanal aufzumachen. Und sie ist wirklich diejenige, die mir auch die Kraft dazu gegeben hat, das alles, ja, das alles so offen zu besprechen und mich, ja, in die Öffentlichkeit wirklich so zu begeben. Versteht ihr? Und an der Stelle bin ich ihr wirklich sehr dankbar. Weil, wenn ich das nicht gemacht hätte, ich wüsste nicht, was ich sonst gemacht hätte. Ich meine, ich sage es ehrlich, mein Leben hat sich immer mehr verändert. Und durch diesen Kanal ist es jetzt nochmal was anderes geworden. Und ich muss sagen, ich bin irgendwie nicht mehr so scheu. Ich habe ja schon mal erwähnt, in meinem allerersten Video, das ziemlich chaotisch geworden ist, dass ich, ja, dass ich ziemlich kamerascheu bin. Und ich muss sagen, das bin ich nicht mehr. Ich bin es nicht mehr. Ich habe es irgendwie, ich habe es losgeworden. Und das ist eigentlich ein gutes Training. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall zurück zur Body Positivity. Ja, auf jeden Fall, ich musste mir dann irgendwann sagen, nee, komm, das kann es doch nicht sein. Weil irgendwann ist es, war es bei mir wirklich so schrecklich. Ich habe wirklich gedacht, nee, ich bin zu, ich sage es mal, hässlich für die Welt. Und das ist eigentlich schrecklich, wenn man sowas denkt. Und da musste ich irgendwo anfangen, mich selbst zu akzeptieren. Das Erste, was ich getan habe, wo ich mich ein bisschen erinnern kann, war, ich habe angefangen, Sachen an mir zu suchen oder ein bisschen so zu sehen, was schön an mir war. Und ich muss sagen, früher habe ich nichts gefunden. Ich habe da ein bisschen dann auf das Innere geguckt, meinen schönen Charakter so anzusehen. Besteht ihr? Ich habe wirklich, was ich immer gefunden habe, ich hatte eigentlich noch einen schönen Charakter. Und das war für mich damals das Wichtigste, meine Stütze für was Schönes an mir. Und da konnte ich sagen, ja, meinen Charakter finde ich schön. Und das hat für mich damals schon gereicht, für den Anfang. Und dann irgendwann habe ich mir auch wirklich ein bisschen angefangen, nur ein kleines bisschen mir wieder im Spiegel zuzulächeln, nicht zu viel, weil dann habe ich mir gedacht, nee, 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 nicht mein komisches Lächeln. Und dann irgendwann konnte ich auch sagen, ja, nee, es gibt noch andere Sachen, die schön an mir sind. Hat ein bisschen gedauert. Aber dann irgendwann konnte ich sagen, ja, ich bin eigentlich, ich bin, schön. Und es war nicht nur das, ich sage jetzt mal, das Äußere. Es war auch zum Beispiel, also ich sage jetzt mal, nur mein, zum Beispiel meine Haare oder mein Gesicht. Es war natürlich auch meine Figur. Ich meine, wie gesagt, ich bin nicht so schlank. Da musste ich auch irgendwie dafür sorgen, dass ich akzeptiert werde von mir selbst. Und das ist doch das Wichtigste, dass man akzeptiert wird von sich selbst. Das ist wirklich, das finde ich, das ist das Wichtigste. Ich musste dann auch ein bisschen darauf schauen, dass ich mich mit den richtigen Leuten abgebe. Ich musste mich ein bisschen von den, ich sage mal, falschen Freunden trennen, die mir auch nicht gut hatten, bei denen ich dachte, na, die geben mir immer so ein blödes Gefühl, zu denen will ich nicht mehr. Da ist vielleicht auch ein guter Rat, wenn ihr auch sowas ähnliches habt oder euch ähnlich fühlt. Ich habe mir sehr geholfen, mir selbst. Und was das Wichtigste ist, lasst euch nicht von anderen beeinflussen oder ihr selbst auch. Versucht euch nicht mit anderen zu vergleichen oder zu messen, weil das bringt überhaupt nichts. Das habe ich auch gemacht. Ja, es gab immer so die eine Hübschen in meiner Klasse, die habe ich immer beneden. Ich habe mir gedacht, mein Gott, wie ist die so schön. Aber wisst ihr, die Schönheit ist doch was Individuelles. Das ist doch so. Oder? Also ich sage jetzt mal, jemand ist auf seine Art schön. Ich bin auf meine Art schön. Dieses hübsche Mädchen aus meiner Klasse ist auch für sich schön. Versteht, was ich meine? Leute, was das Allerwichtigste ist, ihr seid auch schön auf eurer Weise. Jeder ist schön, so wie er ist. Und das ist doch das Wichtigste. Also das ist wirklich, das finde ich so was Wichtiges und Schönes, wenn man zu sich selbst sagen kann, ja, ich bin schön. Oder? Und darauf kommt es doch an, dass man sich selbst akzeptiert. Das ist wirklich mit Abstand das Wichtigste. Weil wenn man an sich glaubt und wirklich sich selbst liebt, na dann ist man auch viel selbstzweifellos. Ihr könnt mir echt glauben, als ich dann irgendwann mich akzeptiert habe und wirklich gelernt habe, mit meinen Stärken, meinen Schwächen, mit allem in meinem inneren Aussehen, meinem äußeren Aussehen umzugehen, habe ich wirklich nicht mehr dieses schwere Gefühl gehabt. Kennt ihr das, wenn wirklich so, wenn eigentlich, es fühlt sich so an, als würde euer Herz mindestens eine Tonne wiegen und ihr einfach irgendwie, ja, dieses Gefühl habt. Versteht ihr das? Ich meine, diese sogenannte Zentnerlast, die hatte ich auch immer. Vielleicht kommt euch das ja bekannt vor. Und ich sag euch, da habt ihr wirklich, da ist, da bekommt ihr dann was los, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr euch selbst, wenn ihr euch selber akzeptiert. Glaubt mir, das ist so. Dann. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Ja, ich bin ein bisschen vergesslich. Stimmt, ich habe gerade was gesehen. Selbstständlich habe ich wieder mal vier Tipps für mehr Body Positivity mir rausgesucht im Internet. Ich finde das immer sehr wichtig, dass ich euch das wieder mal ans Herz legen kann. Also der erste Tipp ist, entfolge Personen auf Social Media, die dir ein negatives Gefühl geben. Ja, das finde ich ein sehr, sehr guter Tipp, weil, ja, es ist ja so, von Social Media lässt man sich immer liken. Man guckt immer, oh, ist die aber hübsch. Oh mein Gott, hat der ein schöner Sixpack. Leute, es ist doch egal. Dann entfolgt den. Wenn ihr denkt, ach, ich will aussehen wie der, dann entfolgt diesen Leuten, weil es tut euch selbst wahrscheinlich auch nicht gut. Das musste ich selbst auch. Ich habe dann auch angefangen, so Leuten zu folgen, die auch ein bisschen so für Body Positivity einstehen, die auch die andere Sachen im Leben verfolgen, als immer nur versuchen, äußerlich schön zu sein. Versteht ihr? Das ist wirklich ein guter Tipp. Der zweite Tipp ist, sei realistisch und ehrlich zu dir selbst. Also das betrifft solche Ziele so. Vielleicht so, wenn man denkt, na, ich will doch versuchen, jetzt ein paar Kilo abzunehmen, dann versucht einfach realistisch zu bleiben. Denkt nicht, ach, ich werde jetzt gleich ein super dünnes Mädchen oder Junge, was auch immer. Bleibt realistisch mit euch selbst und denkt immer daran, versetzt euch nicht zu viele Ziele. Aber wenn ihr jetzt wirklich denkt, das will ich, zum Beispiel, das will ich jetzt nicht mehr haben, dass ich mich schöner fühle. Versteht, was ich meine? Aber das muss jeder selber wissen. Dann der dritte Tipp, versuche überwiegend das Positive zu sehen. Ja, das finde ich auch. Also das mache ich auch schon eine Weile. Versucht einfach nicht, euch von negativen Gefühlen einfach dann runterziehen zu lassen. Und Trübsterblasen, das bringt sowieso nichts. Also und jedes Mal, wenn ihr, das ist ein kleiner Tipp von mir persönlich, wenn ihr jedes Mal traurig werdet oder anfängt zu grübeln, Leute dann versucht zu lächeln, weil dann bringt das einen sofort auf andere Gedanken. Das habe ich selbst auch schon ein paar Mal ausprobiert und ich sage euch, es funktioniert. Dann der vierte und letzte Tipp, bringe deinen Körper in Schwung. Ja, geht nach draußen, geht spazieren, macht Yoga, irgendwas, das euch ja ein bisschen, ja ein Schwung bringt und dann macht das auch meistens gute Laune, wenn man sich ein bisschen bewegt hat, wenn man seine guten Knochen ein bisschen bewegt hat. Ich denke, das bringt schon was. Ich mache auch abends zum Spaziergang, gehe einfach in die frische Luft. Das macht wirklich schon einen Unterschied. Ja, Leute, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut und hoffe, ihr seid alle gesund. Ja, und an der Stelle möchte ich mich verabschieden. Das war es wieder mal für heute. Natürlich und selbstverständlich kündige ich nochmals für mein nächstes Video an. Ich hatte spontan den Einfall, dass ich ein Video machen kann über zehn Dinge in meinem Zimmer, die für mich was bedeuten. So Lieblingsstücke und dazu was ein bisschen erzählen kann. Dann könnt ihr auch ein bisschen gucken, was ich in meinem Zimmer so habe und dann stelle ich die Sachen vor und rede ein bisschen darüber. Ich finde das noch eine spannende Idee. Ja, also ich hoffe, ihr fandet es spannend. Ich hoffe, ihr fandet es irgendwie ein bisschen erleuchtend. Vielleicht hat euch das ein bisschen geholfen. Ja, wie immer, wenn ihr wollt, könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr Lust habt. Und aktiviert doch die Benachrichtigungsrocke, wenn ihr wollt. Und ja, liked mein Video. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Liked das Video und ich habe natürlich auch Instagram. Da könnt ihr mir auch folgen. Ich blende noch meinen Namen ein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut wieder mal. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.